Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns zu Hause im Haus mit dem Rosensofa. Mich hat Nancy angeschrieben aus der Schweiz, die bloggt unter dem Namen Frau Schnieder auf Instagram und hat sich ein Freebook für euch ausgedacht, Portemonnaie Willi. Das läuft über die Stoffzentrale, das ist ein Nähgeschäft, für das sie arbeitet. Und es ist ein tolles Portemonnaie, was verhältnismäßig schnell genäht ist. Das habe ich in halb neun, in vier Stunden genäht und ich habe dabei noch das Video gemacht. Einen Tipp darf ich euch geben, ich würde den Reißverschluss beim nächsten Mal etwas ankürzen, etwa drei Zentimeter und an das Ende so Reißverschlussenden nähen. Also zwei kleine Stücke Stoff rechts auf rechts, den Reißverschluss dazwischen legen, abnähen, aufklappen. Dann passt er besser da rein. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. So, das sind meine vorbereiteten Teile. Die Flieseline habe ich aufgebügelt, wie das vorgesehen ist. Das ist also bei den Flügeln immer so, dass ihr die rechts auf rechts zusammenfaltet und dann wird es an die Bruchkante gelegt und gebügelt und bei der Trennwand genauso. Ja, alle anderen Teile sind auch verstärkt, nur das Futter vom Münzfach nicht. Es geht mit den Flügeln los. Ihr habt eure vier Flügel, die liegen rechts auf rechts zusammengefaltet. Vor euch werden alle an den kurzen Seiten mit einer Nahtzugabe von 1 cm abgenäht, am Anfang und am Ende verriegeln. Die Nahtzugaben quer zurückschneiden. Ich habe das noch ein bisschen eingekürzt mit einer Zickzack-Schere. Dann wird es gewendet und gebügelt. Die Trennwand wird ganz ähnlich genäht. Ihr legt den Stoff wieder rechts auf rechts. Ihr habt eure Einlage aufgebügelt und genäht wird jetzt von hier. Nahtzugabe ist immer 1 cm. Ihr fangt hier an, verriegelt. Näht hier hoch bis etwa hier. Lasst dann hier eine Wendeöffnung. Fangt hier wieder an, wieder verriegeln. Bis zur Ecke runter und dort wieder verriegeln. Die Nahtzugabe wieder zurückschneiden, wie eben schon bei den Flügeln wenden. Dabei die Nahtzugabe, die hier bei der Wendeöffnung stehen bleibt, mit nach innen falten. Und die Kante, wo die Wendeöffnung noch drin ist, könnt ihr hier sehen, knappkantig abnähen. Mit dem langen Innenteil geht es weiter. Das sieht jetzt bei mir schon so aus. Und zwar habe ich mir die Markierung da drauf gemalt, wie ihr die auf Faltplan 1 sehen könnt. Und jetzt wird das laut Faltplan 2 gefaltet. Bei einer Talfalte liegen immer die rechten Seiten vom Stoff aufeinander, bei einer Bergfalte immer die linken Seiten. Dann einmal drüber bügeln. So sieht das gefaltet aus. Vergesst das, was ich eben gesagt habe. Hier ist es genau andersrum. Die linke Seite liegt oben und ihr faltet die Tal- und Bergfalten. Das ist jetzt tatsächlich hier eine Bergfalte und die unteren sind Talfalten. Und wenn man es dann umdreht, ich habe eine Weile gebraucht, um es zu merken, dann passt das auch. Die rechte Seite liegt oben. Dies sind die Kartenfächer. Die werden jetzt abgenäht. Dieses Stück klappt ihr erstmal so weg, wie ihr es jetzt hier seht. Ihr näht, ihr messt euch die Mitte ab. Also ihr macht euch eine Markierung in der Mitte. Näht von hier bis dort. Also genau da, wo mein Strich ist. Am Anfang und am Ende wird nicht verriegelt, sondern ihr zieht den Oberfaden nach unten durch und macht auf der Rückseite einen Knoten nach dem Nähen. Das ist hier festgenäht. Dieses Stück wird wieder darunter geklappt. Und damit das Ganze schon ein bisschen stabiler ist, wird jetzt innerhalb der Nahtzugabe an den Seiten genäht. Einmal hier oben, fangt ihr hier an und ein Stück davor. Innerhalb der Nahtzugabe ist etwa 0,5 cm. Einmal hier übernähen und einmal hier übernähen. So sieht das aus. Das könnt ihr zur Seite legen. Es geht mit dem Reißverschlussfach, also dem Münzfach weiter. Ihr braucht euren Außenstoff und euren Reißverschluss. Den legt ihr mit der rechten Seite nach unten an eine der schmalen Kanten vom Außenstoff. Wenn ihr die Klappe abrunden wollt, dann wäre das Stück jetzt die Klappe. Also wenn es auch irgendwie aufs Muster ankommt, dann wäre es jetzt hier nachher mal eine Klappe und hier wird der Reißverschluss angebracht. Darauf kommt die rechte Seite nach unten, ein Stück vom Futter des Münzfachs. Das könnt ihr jetzt, also auch bündig hier oben und natürlich sollten auch die Seiten passen, mit Festklammern stecken oder kleben. Reißverschlussfüßchen einbauen und abnähen. Die eine Seite vom Reißverschluss ist eingenäht, das wollen wir die andere Seite auch noch annähen. Ich zähle mir den mal ein bisschen auf. Hier muss jetzt das vorbereitete Innenteil ran. Und zwar ist das hier ja die Klappe. Also ihr nehmt die obere Kante von den Münzfächern. Legt die hier oben ran, rechts auf rechts. Die Kanten sollten stimmen, bündig an die Kante vom Reißverschluss. Klammern stecken oder kleben. Umdrehen. Und das Futterteil auch wieder mit der rechten Seite nach unten genauso anklammern. Und genauso zusammennähen. Die Stoffe vom Reißverschluss wegfalten, vorsichtig drüber bügeln. Ihr müsst aufpassen, dass euer Kunstleder nicht schmilzt und auch die Reißverschlusszähnchen schmilzen gerne mal. Auf der anderen Seite sieht es so aus, da habe ich da kein Problem mit. Und dann wird der Reißverschluss auf beiden Seiten knappkantig auf den Stoffen abgenäht. Als nächstes werden die Unterteile der Druckknöpfe eingebaut und zwar auf dem Außenstoff. Ihr seht, die Kartenfächer, die Innenstoffe des Münzfaches liegt jetzt alles bei mir hier rechts. Und hier liegt wirklich nur mein verstärkter Außenstoff. Die Markierung ist vorgeschlagen bei 4,5 cm zum Rand, 2,5 cm zum Reißverschluss. Da mache ich mir ein kleines Loch rein und baue mir meinen Druckknöpfe ein. Jetzt werden die Flügel angebracht. Die haben ja eine offene Kante. Die offene Kante legt ihr nach außen und zwar an die obere Kante eurer Münzfächer. Jeweils. Davon haben wir ja vier. Da kommen die Flügelchen. Die Flügel werden innerhalb der Nahtzugabe jeweils festgenäht. Achtet darauf, dass das Futter vom Münzfach nach oben zeigt, also dass ihr das nicht aus Versehen hiermit festnäht. Jetzt wird das Ganze schon zusammengenäht, Außenstoff und Futterstoff. Und dabei sollen die Zähnchen vom Reißverschluss zu diesen Stoffen zeigen. Nicht ins Münzfach hinein. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich weiß jetzt nicht, ob das so clever ist, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Ich stecke mir da mal eine Klammer hin, damit die Zähnchen wirklich hochgucken. Guck mal hier auch. Wenn das klappt, ist super und wenn nicht, dann wisst ihr, wie ihr es nicht machen müsst. Das ist auch super. So, jetzt werden Außen- und Futterstoff, also Münzfachstoff außen auseinandergeklappt und zusammengesteckt und die Münzfachfutterstoffe auch einmal feststecken. Jetzt wird schon zusammengenäht. Das ist an dieser Seite vor allen Dingen eine Naht, die man gut sehen kann. Also lohnt es sich da sorgfältig zu nähen. Ich habe mir meine Nahtzugabe hier in der Ecke eingemalt. Und ansonsten könnt ihr da auch eine kleine Rundung reinnähen. Ihr müsst hier im Futter vom Münzfach eine Wendeöffnung lassen. Das heißt, ich fange jetzt hier an zu nähen, also verriegeln bis zur Ecke, dann hier ganz drumherum und bis hier hier wieder verriegeln. Ich nähe jetzt hier nochmal zurück. Und jetzt einfach. So sieht das aus. Nahtzugaben zurückschneiden. Immer erst quer zu den Kanten oder zu den Ecken und dann den Rest etwas einkürzen. Was ich hier gemacht habe, ich habe hier die Ecken nochmal nachgenäht mit einer zweiten Naht, damit ich da nicht gleich durchsteche beim Wenden. Jetzt könnt ihr das gute Stück wenden. Ihr greift einfach in euer Münzfach. Ja, ich schreibe euch mal rein, dass ihr den Reißverschluss natürlich aufhaben müsst, wenn ihr, bevor ihr das Ganze zusammennäht, also der Reißverschluss muss natürlich auf. Jetzt kann man das gut wenden. So sieht das gewendet aus. Ich habe mir die Naht hier schon mal zu den Seiten gelegt. Ihr könnt auch mal drüber bügeln, vorsichtig, aber nicht auf der Kunstlederseite, wenn ihr Kunstleder benutzt. Was jetzt tatsächlich nicht so schön ist, ist der Abschluss hier vom Reißverschluss. Ich drücke das hier mal rein. So, was jetzt nicht so schön ist, ist das Ende vom Reißverschluss. Es ist jetzt hier drin verschwunden, das sieht jetzt nicht so gut aus. Ich würde das nächste Mal mir die Reißverschlussenden verblenden und dann die Verblendung, also am Ende jeweils zwei Stücke Stoff aufnähen und die landen dann in der Seitennaht. Dann liegt der Reißverschluss auf jeden Fall gut. Ich habe es euch aber jetzt so gezeigt, wie es im E-Book vorgesehen ist. Gut, als nächstes wird die Wendeöffnung geschlossen. Dazu nehmt ihr euer Futter vom Münzfach, legt die Wendeöffnung nach innen und näht das dann knappkantig einmal ab. Jetzt fehlt noch die Trennwand. Die lege ich mit der Naht nach unten auf das Portemonnaie und dann hier an den einen Flügel. Diesen Flügel auf der Seite bündig mit festklammern oder stecken und abnähen. Ich nähe jetzt von unten, also hier ist quasi der Boden vom Portemonnaie, nähe jetzt hier einmal hoch, drehe dann und nähe nochmal wieder zurück. Jetzt wird die Trennwand zur anderen Ball. Jetzt wird die Seite rausgezogen und jetzt klammert ihr die hier zwischen die Flügel. So ein bisschen reinfalten und es wird genauso festgenäht. So sieht das jetzt aus. Jetzt werde ich nochmal versuchen, ob ich die Ecken da reingebaut kriege. Die habe ich hier noch liegen. So, also die würde ich da wohl rüberkriegen. Jetzt ist nur die Frage, ob die zu meinem Druckknopf passen, der nämlich da ist. Und ich glaube, das finde ich nicht so schön. Es ist ja eher romantischer und dieses ist ja eher, naja, modern. Also ich lasse die Ecken weg, baue jetzt nur noch meine Druckknopfoberteile ein. Und was ich vorher noch mache, ich nähe diese Kante einmal ab. Das ist dieses weiche Kunstleder, das verzieht sich hier ständig. Das sieht ja dann nicht schön aus. Also ich achte darauf, dass man den Endstoff dann von außen nicht sieht. Ich würde hier einmal knappkantig drüber nähen. Das ist aber nicht vorgesehen. Ziehe den Oberfaden wieder nach unten durch und verknote das auf der Rückseite. Ja, Druckknöpfe einbauen. Und fertig. Es ist ein süßes kleines Portemonnaie. Ich denke fast, dass es sogar Anfänger geeignet ist. Auf jeden Fall Portemonnaieanfänger geeignet. Das ist schnell genäht. Ich habe heute Morgen angefangen um halb neun und jetzt ist es halb eins. Also es ist wirklich und trotz Video schnell genäht. Es hat genug Kartenfächer, es hat dieses Münzfach. Ja, ich finde das ist ein tolles Schnittmuster. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich freue mich über Bilder, wenn ihr nachnäht. Bis zum nächsten Mal.